Ich habe eine Aussage meiner Freundin, dem besten Gookie der Welt, allerdings dafür ohne Millennium Falten. Aber wir haben ja auch noch andere Cover, unter anderem natürlich das Lied von Eis und Feuer, mit großartigen Schlachtzähnen, die man dann natürlich auch nachstellen kann, wenn man entweder mehrere Leute hat. Oder Dead Reds, immer gerne genommen, Klassiker. Mit zwei Pistolen, nageres Gesicht, was kann da schon schief gehen? Und ich muss euch sagen, es gibt ja Leute, die will man unbedingt auch ein Foto haben, aber die rennen immer durchs Bild, weil sie sagen, sie haben so viel zu tun. Ich habe es geschafft. Der Watch wird auch immer gerne genommen, mussten wir es als Kapper organisieren, aber das fand ich sah schon ziemlich überzeugend aus. Dann natürlich ganz schön Splitterbogen, Fluch der Hexenkönige. Das war eins der Bilder, die echt Leute inspiriert haben. Zum Beispiel kann man das dann so interpretieren. Oder doch, entscheidet ihr es? Dann, ganz klassisch, der ist aber. So richtig tief in der Uhrzeit. In den Höhlen des Gelogas. Und ganz gerne, die Drakogenschützen haben das. Da braucht es dann auch drei Helden. Auch natürlich hat ein Nightswatch-Reinigung dazu erfahren. Mit auch wieder vollem Einsatz natürlich. Und manche Leute sind dann auch etwas stärker und heben ihre Kontrahenten in die Luft. Man denkt, achte bitte auch hier wieder Carstens Hand. Und dann gibt es natürlich auch noch die etwas oskureren Sachen, von denen ich persönlich, abgesehen von den Papern, und da nur noch nie was gehört hätte. Aber das ist ein Cover, was man, finde ich, hervorragend umsetzen konnte. Und natürlich auch Splitterbogen, die Regeln, Preisträger vom letzten Jahr. Nee, von diesem Jahr, von diesem Jahr. Ah, das ist ein Weltmein letztes Jahr. Ich passe nicht auf. Mit wieder vollem Einsatz. Man dachte auch hier sind krassige Grüße drin. Und Dungeons & Dragons ist immer wieder gern genommen. Haben wir auch natürlich der Sturm über Neverwinter. Und natürlich auch Wege nach Tarunen hat Leute inspiriert. Auf wunderbare Art und Weise mit wieder viel Anliegen. Und haben wir sagen lassen, die anderen heute geht es mittlerweile wieder besser. Okay, denn die Frage stellt ihr euch natürlich. Wer darf jetzt alle diese Preise mitnehmen? Unter anderem, auf Platz 1, haben wir diese Leute heute. Alle in den Saal, dann kommt die Leute heute gleich. Los, kommt her. Schneller, schneller, schneller. Ich habe einen Zug zu kriegen. 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 Komm her auf, komm her auf.